Was geht ab meine Freunde, hier ist Eichnuller, heute kommen wir zu einem Video Fortnite-Tänze im Fußball. Falls euch das Video gefällt, teilt es auf jeden Fall mit eurem Freund und würde mich mega unterstützen, dann würde ich einfach mal sagen, Video ab dafür. Der gute alte Depp Stocksauer Der Roboter-Tanz Das ganz einfache Klatschen Niederlagen passieren Die wahre Liebe Der Wurm Der Ponyrit So Leute, das war es dann noch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt es gerne mit euren Freunden teilen, mit euren Zockerkollegen oder sonst was. Auf jeden Fall Dankeschön, dass euch das Video bis hierhin geschaut habt. Dann schreibt einfach mal Hashtag Schnuller Gang rein. Dann würde ich einfach mal sagen, machs gut, bis zum nächsten Livestream oder Video und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.